Und der Zweifel an sich stirbt, glaube ich, gerade aus bei uns. Viele kennen keinen Zweifel. Greta Thunberg war sich 2018 sicher, dass der Klimawandel die gesamte Menschheit auslöschen wird, wenn wir nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre aufhören, fossile Brennstoffe zu nutzen. Den Tweet hat sie jetzt gelöscht, weil die fünf Jahre um sind und die Menschheit ausgelöscht ist, bis auf die acht Milliarden, die übrig geblieben sind. Also uns hier und noch ein paar andere da draußen, die hier nicht mehr reingepasst haben. Das ist übrigens unser Beitrag hier zum Klimawandel, den habe ich mal rausgeholt. Das hier sind die USA, die mittlere Linie. Das hier unten sind wir, das können Sie wahrscheinlich kaum sehen. Und hier oben ist China. Das ist eine Parabel, die fast senkrecht nach oben geht. Und deswegen schlage ich persönlich vor, wer sich festklebt, macht das ab sofort nicht mehr in München oder Berlin, sondern in Beijing. Und Shanghai... Applaus Applaus � Applaus 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 Applaus